Diese Woche wird in Österreich die dritte Phase in der Umsetzung des nationalen Impfplans gleitend gestartet, wie das Bundeskanzleramt in einer Aussendung bekannt gibt. Standen zu Beginn Heimbewohner, klinisches Personal, zunächst die über 85-Jährigen und dann die Zielgruppe der über 65-Jährigen auf dem Impfplan, so kann diese Woche in einigen Bundesländern bereits die neue Impfphase mit der Vorbereitung der Impfung und Einladung der unter 65-Jährigen begonnen werden. Konkret betrifft das die Bundesländer Vorarlberg, Tirol und das Burgenland. Fließend und entlang der Alterspyramide steht die Gruppe der 50- bis 65-Jährigen an der Reihe. Somit liege man insgesamt besser als geplant, denn die Impfung der über 65-Jährigen wollte man bis Ende April erreichen. Wir können diese Woche gleitend mit Phase 3 des Impfplans starten und in den ersten Bundesländern entlang der Alterspyramide mit der Einladung der unter 65-Jährigen für die Impfung beginnen, sagt Bundeskanzler Kurz und fügt hinzu. Das sind gute Nachrichten und wir schreiten besser voran als erwartet. Mit den zusätzlichen Lieferungen von einer Million Impfdosen von BioNTech-Pfizer werden wir noch schneller die Bevölkerung mit Impfstoff versorgen können. Bis Anfang nächster Woche werde man rund 2 Millionen Erstimpfungen verabreicht haben. Das entspreche rund 40% der impfwilligen Bevölkerung, so das Bundeskanzleramt. In Phase 2 geht es um die über 65-Jährigen. Davon wurden bisher österreichweit 55% geimpft. In drei Bundesländern hat man das Ziel von zwei Drittel schon erreicht und beginnt nun gleitend die Gruppen unter 65 zu impfen. Vorarlberg 69% der über 65-Jährigen geimpft. Tirol 65% der über 65-Jährigen geimpft. Burgenland 63% der über 65-Jährigen geimpft.